Musik Der deutsche Bildhauer Thomas Jastram arbeitet seit 1985 erfolgreich als freischaffender Künstler und Dozent an verschiedenen Kunstakademien. In ganz Deutschland sind über 30 seiner Skulpturen im öffentlichen Raum zu finden, zum Beispiel in Hamburg, Gelsenkirchen und Rostock. In seiner Formensprache gelingt Jastram gekommt der Brückenschlag zwischen Antike und Moderne. Er arbeitet mit figürlichen Motiven wie Menschen oder Tiere, setzt sie aber in einer sehr expressiven Formensprache um. Mit einer kräftig strukturierten Oberfläche verleiht er seinen Bronze-Skulpturen ihren einzigartigen Charakter. Mit der Eule widmet sich Jastram einem sehr traditionsreichen und symbolträchtigen Sujet der Bildhauerei. Der Titel seiner Eulenskulptur verweist auf die Weisheit, die dem Nachtvogel als Begleiter der Athene seit der Antike zugeschrieben wird. Diese hochwertige Skulptur aus Bronze ist im Wachsausschmelzverfahren gefertigt und anschließend von Hand patiniert und poliert. In einer limitierten Auflage von 49 Exemplaren ist sie exklusiv bei Ars Mundi erhältlich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017